Kaum sind sie raus aus der Halle, da werden schon die Tickets fürs nächste Jahr geordert. Der wahre Schlager-Fan hat einen Tag im Jahr mit dickem Kreuz als Pflichttermin im Kalender die Schlager-Star-Parade von MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt. Und so strömten über 6000 Mitsing- und Schunkelwillige in die G-Tech-Arena in Magdeburg. Aber bevor wir uns die Stars begucken, wer singt, der muss auch essen. Und ohne Katrin geht hier gar nichts. Für das leibliche Wohl der Künstler der Schlager-Star-Parade sorgt Katrin Scheibe. Und auch wenn sie öfter für Caterings zuständig ist, so viele Stars auf einer Veranstaltung, das ist schon etwas Besonderes. Ach ja, ich meine, wir machen das jetzt schon mehrere Jahre, aber es ist jedes Jahr eigentlich wieder aufregend, weil es sind doch immer wieder andere Künstler dabei. Es ist schon doch immer wieder ein kleines Highlight, so einmal im Jahr. Bei den vielen Stars auf der Bühne, freut man sich vielleicht auf einen etwas mehr? Ja, DJ Ötzi. Auf den freue ich mich wirklich. Noch ist DJ Ötzi aber nicht da. Dafür geht es auf der Bühne schon richtig zur Sache. Helene Fischer begeistert das Publikum. Und er rührt mit seiner Mundharmonika. Michael Hirte. Seit den 60er Jahren steht sie auf der Bühne, Vicky Leandros. Und dann kam endlich Katrins Chance. So, mal sehen, ob DJ Ötzi da ist. Hallo. 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 Hallo, DJ Ötzi. Ich bin wirklich oft in Magdeburg. Ich bin sehr gerne hier. Gefällt dir Magdeburg? Ja, es ist so weit, wo die Kammer Nebel war. Wie gefällt dir das, was wir machen? Gut. Auf wen freue ich dich heute? Auf dich. Ah, das freut mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Autogramm bekommen würde von dir. Ja, gerne. Danke. Was soll ich heute für dich singen? Die Träne. Ja, das mache ich gerne. Als letztes Lied. Das macht nichts, ich warte so lange. Okay. Ja. Das freut dich sicher. Ja. Katrin mit Haar. Nein, ohne. Okay. Bitte schön. Oh, vielen, vielen Dank. Freut mich. Ja, mich auch. Ich habe ein Autogramm gekriegt. Das war total cool. Das ist total cool. Das ist total nett. War richtig schön. Und dann war es endlich soweit. Wunderwunderbar. Und ich gehe seit fünf Jahren schon hierher. Super, super, super. Die Schlager-Sar-Parade. Auch im nächsten Jahr wieder. Sichern Sie sich jetzt schon Ihre Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Hey, baby. I wanna know. It's gonna be my girl.